Radharanis Lotusfüße So wie der Lotus inmitten eines Sumpfes herauswachsen mag und dennoch nie in Berührung mit dem Morast ist, stellen die Lotusfüße von Srimati Radharani das transzellentale Ziel aller Bhaktas dar, welches nie in irgendeinem Zusammenhang mit der Wandelwelt steht. Der Lotus ist das einzige Ding in dieser Welt, was nicht von Brahmas Schöpfung entstammt, denn er als Schöpfer ist selber auf einem Lotus geboren worden. Deshalb wird das Symbol des Lotus immer wieder dazu verwendet, um auszudrücken, dass es sich hier nicht mehr um etwas Geschöpftes, sondern um etwas Unvergängliches handelt. Das Ziel von Vara Bhakti ist es nicht, den Nektar von Rasa oder die Freude der Teilnahme an Krishnas ewigem Spiel zu kosten. Sie zielt weder auf die direkte Begegnung mit Gott hin, noch um irgendeine Erleichterung von Leiden. Das ewige Dienen, sich einfach ganz seinem Wunsch auszuliefern, ist das Ziel. Ein solcher Bhaktar ist nur bereit, in Gottes Reich einzugehen, da in da intensivere Aufgaben des Dienens erwarten. Das bedeutet, er ist mehr an der Kraft Radikas, an Bhakti interessiert, als an Gott selber. Deshalb bevorzugen alle Bhaktas Srimati Radharani immer selbst vor Krishna. Selbst Rasika Shekara, der höchste Genießer, sitzt in den Wäldern von Vrindavan zu Füßen von Radharani und ist bereit, ihr alles, selbst seine Flöte, zu schenken, wenn er sich nur vor diesen Füßen verneigen darf. Mögen diese Füße auch für mich immer meine Zuflucht sein. Radha Rasa Sutanidi Vers 13 Diese Füße sind Govinda Jivanadana, der Reichtum von Govindas Leben. In Klammer Radha Rasa Sutanidi Vers 22 O Radhika, bitte führe mich ein in den Seva zu deinen lieblichen und leuchtenden Füßen, welche den Darm, Ruheort von Aghada Rasa, unvergleichlich tiefer Gottesliebe, sind. Radha Rasa Sutanidi Vers 123 Srikrishnas Schönheit kann nur derjenige kosten, der voller Liebe ist. Srimati Radharani ist Prima Lakshmi, die vorherrschende Göttin reiner Liebe. Deshalb ist im Seva zu ihr der vertraulichste Rasa zu finden. Srimati Radharani ist Lotusfüße, die mit großer Sorgfalt von Srikrishnas selber mit roter Farbe geschmückt werden, welche von den jungen Kuhirtenmädchen von Vraj gepriesen werden und die in den Herzen der vedischen Texte verborgen und die voller tanzender Verspieltheit sind. Sie sind meine einzige Zuflucht. Radha Rasa Sutanidi Vers 206 Auf Swaminis Lotusfüßen existieren 19 verschiedene wundervolle Zeichen, die in unserem Leben aktiv werden, wenn über sie meditiert wird. Als angehende Dienerinnen von Shri Kishoriji sind uns diese Füße natürlich unendlich kostbar und wertvoll. Radhikas Füße, der Seva zu ihr, ist unser Leben und das, was uns als Seele ausmacht. Das folgende sind ein paar kleine Anregungen zur Meditation. Vajra Donnerkeil In Aishwarya Alle meine Hindernisse, meinen Stolz und meine Anarthas sind eigentlich unüberwindlich. Doch durch ihre Gnade wird alles gleich in Staub verwandelt. In Madhurya Radhikas Selbstkontrolle und Fassung Ta-Iriya ist wie ein gewaltiger Berg, aber Krishnas Schönheit wirkt wie ein Blitz, welcher all ihre Vamyabhav, ihre Scheue und das Gefühl, Dharma befolgen zu müssen, zu Staub zermalmt. Stock, welcher für die Kontrolle von Elefanten gebraucht wird. In Aishwarya Mein Geist ist wie ein wilder Elefant. Nur du schaffst es, ihn zu zähmen. In Madhurya O Radhika Niemand kann den wilden Elefanten Krishna kontrollieren. Wenn du nur eine Augenbraue hebst, ist er gleich gänzlich unter deiner Kontrolle. In Klammer In Aishwarya So viele Leben wurde ich besiegt von Maya. Nun in der Hingabe zu dir nimmst du ihren Einfluss zurück und sie wird ganz leicht überwindbar. Gita 7.14 Das ist mein Sieg, der eigentlich deiner ist. In Madhurya Im Würfelspiel besiegt Radhika Krishna immer wieder. Als Manjari werde ich mit einer großen Fahne an die Yamuna gehen und sie schwenken unter großer Freude. Krishna ist so berührt von der Nishtha der Manjaris, dass er dieses Zeichen auch auf seinen Füßen haben möchte. Gersten Korn O Swamini Nur im Seba zu dir werde ich genährt. Chakra Radhika Ist die Gebieterin von ganz Vraj Mandala. Alles dreht sich nur um sie. Sri Krishna Ist das Zentrum aller Schöpfungen. Doch in Vraj Drehen seine Gedanken nur um sie. Sie ist der Drehpunkt Einer jeden Handlung von Sri Govinda. Schirm Wenn Sri Krishna Govardhan wie einen Schirm über Sri Vrindavan hält und somit allen Zuflucht schenkt, ist das nur sein Ausdruck seiner Dankbarkeit zu Srimati Radharani, die für ihn das Ein und Alles darstellt. Er erinnert sich, wie diese Füße, die mit einem Schirm geschmückt sind, für ihn seine Zuflucht darstellen. Gemäß seinem Versprechen in der Gita 4.11 versucht Krishna durch das Govardhanlila nun nur sein Verschuldetsein zu begleichen. Armreif So wie die Armreif in allen Tätigkeiten immer an der Hand ist, so ist sie bei allen Begegnungen Sri Govindas immer in seinen Gedanken. Blume Gishores Eigenschaften und Mahima, Herrlichkeit, verbreiten sich in Vrindavan in alle Richtungen hin aus, genauso wie der Duft einer Blume. Linie Linie, welche den Fuß von oben herab durchquert. Ihre Gnade streckt sich auch nach uns aus und möchte uns zur höchsten Destination hinziehen, zum Seba zu ihr. Für uns ist es die Lebensrettungsleine. Lotusblume Alles an Radhikas Wesen und Form ist transzendental und von erstaunlicher Schönheit. In Klammer Der Lotus weist darauf hin, dass alles in Radhikas Gestalt Advaita ist, nicht duale Wirklichkeit. Nur schon der Abdruck ihrer Füße im Staub von Vrhaj hinterlässt in Sri Krishna den Eindruck, er würde einen Darshan haben von ihrem wunderschönen Gesicht. Schlingpflanze Dass eine Schlingpflanze auf ihren Füßen residiert, bedeutet, dass der Seba zu Radharani nur in den vertrauten Wäldern von Vrindavan, die von Vrindadevi überblickt werden, erlangbar ist. Der Seba zu ihr, ihren Füßen, ist die Heilpflanze, Lata, für jede einzelne Seele. So wie eine Schlingpflanze immer wieder neue Möglichkeiten findet, sich an einem Baum hochzuziehen, entdeckt Srimati Radharani immer wieder neue Gelegenheiten aus Yavad herauszuschleichen, um in den Wäldern von Vrindavan Sri Krishna zu begegnen. Diese Schlingpflanze repräsentiert ihre Aja Banda, ihre große Hoffnung, die eine Manifestation ihrer Prima ist. Halbmond Radhika ist am achten Tag des zunehmenden Mondes erschienen, bei Halbmond. Ein Teil von Radhikas innersten Stimmungen sind sichtbar, doch viele bleiben auch verborgen und sind nur dem Rasika, in Klammer Rasika-Sikara, bekannt. Das ist die Natur von Parakir Bhav. Sri Shivaji schmückt sein Haupt mit diesem Halbmond, was bedeutet, dass auch er ständig über diese Füße meditiert. Aus dieser Meditation ist sein Radha-Kripa-Kadaksha entsprungen. Fisch Wie ein Fisch nichts zu überleben vermag ohne das Element Wasser, so kann Srimati Radhika keinen Augenblick weiter existieren ohne die Gemeinschaft Shyamasundaras. Die Dunkelheit, die an Blitzen ihre Augenlider auslöst, empfindet sie wie viele Weltzeitalter. Bhagavatam 10.31.15 Sie möchte für keinen Moment mehr getrennt sein von ihrem Priya-Priyatam. Sri Krishna hat dieses Zeichen ebenfalls auf seinen Füßen, da er ebenso fühlt. Der Seva der Manjaris, Radha und Krishna zusammenzubringen, ist das, was die letztliche Erfüllung und der Zweck aller materiellen und spirituellen Welten darstellt. Berg In Vrindavan dienen alle Einwohner dem auserlesenen Govardhan. Doch Sri Giraj selber verehrt ihre Lotusfüße. Da sich Govardhan so sehr sehend Radhika zu dienen und immer wieder neue Gelegenheiten für den Austausch mit Shyamasundara arrangiert, gewährt ihm Srimati Zuflucht bei ihren Füßen. Möge sie auch unsere kleine Sehnsucht wahrnehmen und uns auch die Zuflucht zu ihr gewähren. Wagen In jedem kleinen Seva zu Radharani wird der Wagen des Geistes, Manurata, immer sofort weggetragen. Das bedeutet, dass der Seva zu ihr ungeheure Absorptionskraft innehat. Möge mich dieses Zeichen auf Radhikas Füßen segnen. Das, was unerreichbar weit weg ist, ist mit einem Wagen leicht erreichbar. Erst wenn Sri Krishna sich vor Radharani's Füßen verneigt, hat er das Gefühl, angekommen zu sein, bei seinem Mano Bhishta, seinem eigentlich unerfüllbaren und weit entfernten Herzenswunsch. Keule Opferaltar In der Gita 5.29 spricht Krishna davon, dass die Seele jede einzelne Tätigkeit, jede Bewegung und jeden Atemzug auf ihn als dem letztlichen Nutznießer davon ausgerichtet sein solle. Im Rupanugabha-Bhajan wird dieses Verständnis noch ausgeweitet und vertieft. Da die Kinkari nur Kishori kennt, wird natürlicherweise alles nur für sie und ihr Wohlwollen ausgeführt. Ohrring Radharani's Ohren sind immer geschmückt mit der Begierde, über Sri Krishna zu hören. Da das Hören über Krishna einen absoluten Liebesdienst darstellt, ist er auch nicht verschieden von der Umarmung mit ihm. Eine solche erfährt Srimati alleine im Hören über Krishna. Deshalb ist das Sprechen von Harikata eine wesentliche Weihehandlung der Dienerinnen von Radharani. Das ist das Sprechen von Harikata.